Was Sie über Playmobil wissen sollten und wie wir es nutzen. Und wir haben da immer so schöne Anekdoten, wenn wir bei uns in den Kinder- und Jugendcoach-Ausbildungen die systemischen Aufstellungen angehen, dass wir hinterher immer wieder grinsend vor den Playmobil-Kisten sitzen und sagen, Mensch, die sitzen da so lieb und unscheinbar in den Kisten und hinterher zeigen die erst, wie kraftvoll und wirkungsvoll die Arbeit mit Playmobil-Figuren sein kann. Also wir arbeiten mit Playmobil-Figuren, dass wir mit Kindern gemeinsam ein inneres Team aufstellen, einen systemischen Dialog quasi. Das heißt, wir zeigen dem Kind, wie es von außen auf den Kontext draufschaut, wie es selber auf Lösungen kommt, wie es sich mit einzelnen Figuren identifiziert, wie sich Lösungen ergeben und das Ganze auch auf einer emotionalen Ebene, die hängen bleibt. Und das macht ganz viel, das setzt viel Ressource frei und auch viel Motivation. Und Kinder, die die Ausstellung bei uns gemacht haben, die gehen nochmal mit einem ganz anderen Grundgefühl so in den Alltag und ins Leben. Und dann macht Playmobil-Spielen plötzlich auch als Erwachsener wieder richtig Spaß. Und das zeigen wir Ihnen in den Ausbildungen bei uns, wie Sie das einsetzen und anwenden können, wie Sie vielleicht auch mal mit Ihren Kindern zu Hause mal noch ein bisschen anders Playmobil spielen können, mit einem Nutzen hinten dran. Schauen Sie sich einfach um hier auf der Website. Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich oder bewerben Sie sich auf eine der zukünftigen Ausbildungsgänge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht dann in Zukunft einfach mal persönlich kennenlernen. Vielen Dank.